Ab ARCHICAD 13 haben Sie die Möglichkeit, statt des normalen Vibu-Dongles, einen Codemeter von Vibu als Dongle einzusetzen. Der Codemeter ist in der Lizenzverwaltung flexibel und ermöglicht Ihnen, eine Lizenz von einem Netzwerk-Dongle temporär auszugliedern. Gehen Sie dazu im Hilfe-Menü auf Lizenzinformationen. Hier werden alle im Büronetzwerk verfügbaren Lizenzen angezeigt. Über den Knopf Lizenz ausleihen können Sie nun für eine bestimmte Zeit eine Lizenz vom Netzwerk-Dongle auf einen anderen Rechner, wie zum Beispiel einen Laptop für die Baustelle oder den Kundentermin, ausleihen. Nach Ablauf der Zeit schreibt sich die Lizenz automatisch wieder zurück oder Sie geben manuell die Lizenz wieder an den Netzwerk-Dongle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017